Wie kann man die Werbemaßnahmen nutzen? Ungewöhnliche Werbemaßnahmen nutzen. Geld verdienen im Internet ist im Grunde genommen gar nicht oder gar kein Problem. Wirklich? Alles halb so wild? Der Haken ist nur, Ihnen werden zu viel leere Versprechungen gemacht. Sogenannte hochkarätige Internet-Experten wollen Ihnen einreden, dass man ohne viel zu arbeiten oder ohne Produkte und so weiter im Internet viel Geld verdienen könne. Quatsch, nun gut. Ausnahmen bestätigen die Regel. Doch aus meiner inzwischen 15-jährigen Internet-Erfahrung heraus kann ich Ihnen bestätigen, den einzigen sicheren Weg bieten immer noch die richtigen Methoden und Techniken, um das Internetsystem profitabel für sich zu nutzen, indem Sie kontinuierlich Werbung betreiben. Was tun die meisten Menschen, die neben- und hauptberuflich ihr Geld im Internet verdienen wollen? Sie sitzen vor Ihrem Computer, sind im Internet eingeloggt und schauen auf den Bildschirm. Wie ein Astronom, der auf der Suche nach einem schwarzen Loch ins Universum starrt. Doch das Patentrezept, wie man seine Angebote im www.w.optimal vertreibt, wird einem in diesem Infokosmos nirgendwo präsentiert. Auch ich habe am Anfang meiner gewerblichen Werbeaktivität wie ein Ochs vorm Berg gestanden. Bis ich ein ganz außergewöhnliches Buch in die Hände bekommen habe. Super Profit im Internet von Bill Gatting. Was für ein genialer Ratgeber. Auf knapp 212 Seiten finden Sie hier rundherum alles, was Sie für Ihren Erfolg im Internet wirklich einsetzen müssen. Denn, nicht können. Quasi das A und O, um im Netz auch richtig Geld zu verdienen. Ich will hier nicht mit Umsatzzahlen und Einkommen prahlen. Doch indem ich kontinuierlich das angewendet habe, was ich aus diesem Buch gelernt habe, schaffte ich es, meinen riesigen Schuldenberg loszuwerden und inzwischen ein sehr gutes Einkommen zu haben. Vor allem bin ich auf die Weise nicht auf die vielen leeren, aber kostenintensiven Versprechungen der auserlesenen Web-Koryphäen hereingefahren. Ich musste nie unnötigerweise Geld aus dem Internetfenster schmeißen. Dazu kenne ich viele ehemalige Leidensgenossen. Sie alle plagten anfangs das gleiche Problem, das mich einst umgetrieben hatte. Die Herausforderung namens erfolgreiches Internetmarketing. Natürlich wollen alle im Internet die lebensnotwendigen Euros und Cent verdienen. Jeder, dem ich diese kostbare Buchoffenbarung in die Hand gedrückt habe, hat nach kurzer Zeit über das erhoffte höhere Einkommen verfügen können. Vorausgesetzt, Sie oder er hatten dieses wirkungsvolle, einfach nachmachbaren Tipps und Tricks tatsächlich konsequent angewandt. Lassen Sie Ihre Internetseite nicht länger unprofitabel vor sich hindümpeln. Fangen Sie an, aktiv zu werden. Denn kein Geld ist einfacher verdient als jenes, das Sie an Ihrem eigenen Computer und von zu Hause aus einnehmen können. Dank dieses Systems können Sie die nimmersatten Zeit- und Geldfresser namens Fahrten- und Kundenbesuche völlig vergessen. Und dennoch werden Sie ein gesichertes Einkommen erzielen. Innerhalb kürzester Zeit. Nutzen Sie jetzt die umsatzstärksten Verdienstmöglichkeiten unserer Zeit. Das Internet. Es funktioniert, weil Sie mit Aktionen aus diesem Buch Ihre Käufer zielgerecht ansprechen werden. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.afoxonline.de. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher.